Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schmerzlos-Box von Punch Arroganz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Trade List und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schmerzlos von Punch Arroganz, das Ganze in einer schwarzen Box, relativ hoch. Wir haben hier einen FSK-16-Aufkleber und wir werden das Ganze mal aus der Folie holen, um uns das Ganze dann anzusehen. So, das Ganze am 25.05. am Freitag erschienen. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, schwarze Box, relativ hoch. Auf der oberen Seite auf dem Deckel lesen wir hier in gelb-grüner Schrift Punch Arroganz, darunter Schmerzlos und Attitude Movement. So sieht das aus. Ansonsten durchgehend das Ganze in schwarz gehalten. Und auf der Boxunterseite haben wir dann noch die Credits zum Album. Boxdeckel, nicht zum Klappen, sondern wirklich ein eigener Teil, also hier komplett abzunehmen. Von innen schwarz. Und dann kommt uns hier der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal die Medikamentenpackung, die Pillendose. Dann haben wir einmal das Album an sich, dann hier dieses Büchlein, eine Umhängetasche, eins, zwei, drei Sticker und ein Poster. So, auch hier innen schwarz das Ganze. Und wie gesagt, die Unterseite in diesem gelb-grünen Ton gehalten. Gefällt mir vom Design richtig gut, also so von der Farbkombination und auch von der Schrift sehr schön gemacht. Machen wir die Box mal zur Seite. So, dann werden wir die 1.0 Box-Inhalte hier mal aus der Folie holen. Einmal die Tasche. Dann haben wir hier das Buch. Und dann das Album an sich. So, wie wir jetzt hier alles aus der Folie geholt haben, starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also Punch-Arroganz, schmerzlos, lesen wir auch hier. Additude-Movement darunter. Und dann haben wir hier Punch-Arroganz in schwarz, beziehungsweise schwarz und grau abgebildet. Dürfte eventuell ein Live-Auftritt sein oder irgendein Shooting. Also Punch-Arroganz sieht hier etwas erschöpft aus, aber mächtige Pose auf jeden Fall. Was gut gefällt, das Ganze ist ein super Toolcase. Hier an der Seite auch wieder in diesem gelb-grünen Ton gehalten. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Punch-Arroganz, schmerzlos. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir 15 Tracks an der Zahl. Wir haben Tracks mit Cassius Clay, Twizy und IDC. Dave Grunewald, nochmals Twizy und Finch asozial. Also, das sind die Features. Credits und Barcode. Das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. Dann kommen wir mal zum Booklet. Und dieses Attitude-Movement, das wir hier überall lesen, das ist ja das neue Label, das neu gegründete Label von Punch-Arroganz. Er ist ja mittlerweile nicht mehr bei Babasat, nicht mehr bei Halunkenbande unter Vertrag. Und somit das erste Release unter eigenem Label. Okay, also das Booklet kein reguläres Booklet, sondern hier zum Aufklappen. Bedeutet, auf der einen Seite haben wir hier so ein, ja, mehr oder weniger Mini-Poster. Hier so diese zwei Seiten Punch-Arroganz in schwarz-weiß mit Blick zum Fenster. Und dann haben wir hier auch nochmals zwei Seiten. Und da sind wir Punch-Arroganz vor einem Spiegel. Da dürft ihr gerade die Kontaktlinsen wechseln. Oder, wie heißt die Frage, reinmachen, rausmachen. Ich bin mittlerweile ja ohne diese Kontaktlinsen unterwegs. Gefällt mir ehrlich gesagt besser als diese blinden Augen oder diese Kontaktlinsen-Optik. Okay, hier haben wir nochmals die Tracklist. Auf einmal kann man das sehen, jawohl. Also hier haben wir die Tracklist inklusive der Informationen, wer daran beteiligt war, wer gefeatured wurde, wer das produziert hat. Hier unten zieht sich dann das weiter. Also 15 Tracks. Gut, dann haben wir hier noch eine umfangreiche Danksagung. So sieht das aus. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle kurz anhalten, das Video und die gesamte Danksagung, die ist wirklich umfangreich, in Ruhe durchlesen. Dann haben wir hier noch für die Horde alles, alles für die Horde. Und dann hier noch Attitude Movement. Gut, wir klappen das Ganze mal wieder zusammen. So. Und dann machen wir das Booklet wieder in die Hülle. Jawohl. Das ist dann die CD. Punch-Arroganz, schmerzlos, auch hier wieder in Gelb-Grün und Weiß gehalten. Das ist die CD. Schön gemacht. Hintergrund wieder in diesem Gelb-Grünton. Dann haben wir dieses Büchlein mit dabei. Hier haben wir auch wieder einen FSK 16 Hinweis. Allerdings hier leider Gottes aufgedruckt, nicht aufgeklebt. Schade. Ist von der Optik her natürlich nicht ganz so schick mit diesem FSK 16 Hinweis. Aber, ja, wir werden es überleben. Punch-Arroganz lesen wir hier. Und dann haben wir hier Infos, was sich darin befindet. Wir haben hier einmal Instrumentals. Dann haben wir DEP, Ausdauer, Ehrlichkeit, Loyalität. Und die exklusive Tour-DVD. In dieser DVD eben auch den FSK 16 Aufkleber oder Aufdruck zu verdanken. Und Credits. Gut, das Ganze lässt sich dann hier aufklappen. Und zwar kommen uns hier einmal zwei Tonträger entgegen. Und zwar haben wir einmal die Instrumentals zum Album. Und dann direkt darunter die Bonus-IP. So sieht das aus. Ausdauer, Ehrlichkeit, Loyalität. Die beiden hier gut aufgehoben, die CDs. Schön gemacht. Dann haben wir hier die Tour-Daten zur Eine-Geht-Noch-Tour 2018. Ihr könnt hier Punch-Arroganz bzw. Twizy, Cash is Clay, Finch Asozial und Stoffhausmusik live erleben. Dann haben wir hier diverse Fotos und Einblicke. Also es sieht so nach Tourleben aus. Hinter den Kulissen. Ich gehe mal stark davon aus, das sind Aufnahmen der Pre-Listening-Tour. Zu schmerzlos. Die Punch-Arroganz hier im Vorfeld seines Albums veranstaltet hat. Diverse Tour-Dates hier auf Fotos festgehalten. Also ihr bekommt hier den Einblick in den Tour-Alltag. Hinter den Kulissen bei Punch-Arroganz. Daniel Gunn auch am Start. So sieht das aus. Das war wohl der Asiate. Jawohl. Okay, also wirklich umfangreiche Infos oder Fotos. Dann haben wir hier die Bonus-EP. Und zwar sind das nochmal 5 Tracks extra. Mit 1-1-111-Übersound, Twizy, EDC, nochmals Twizy. Also 5 Tracks an der Zahl. Unter anderem eben hier 100 bars Wake-Up-Call, das ja als Video ausgekoppelt wurde. Und dann hier noch die Credits. Und zum Abschluss dieses Büchleins kriegen wir dann auch hier die Schmerzlos-DVD. So sieht das aus. Jawohl. Gut, schönes Buch. Kann man sich schön ins Regal stellen. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir 3 Sticker an der Zahl. Und zwar haben wir einmal Punch-Arroganz. Attitude-Movement lesen wir hier noch. Im Hochformat. Dann Attitude-Movement im Querformat. Grau und Schwarz. Und dann hier wieder im Querformat Punch-Arroganz und Attitude-Movement. Also 3 Sticker an der Zahl. Dann absolutes Novum. Absolute Premiere in einer Box. Meiner Meinung nach hat es was noch nie gegeben. Wir haben hier so eine Pillen-Packung. Kennt man vielleicht von diversen Schmerzmitteln oder aus den USA. Dort sind die, glaube ich, noch deutlich verbreitet als bei uns, diese Packungen. Und zwar wurde hier einmal unterschrieben von Punch-Arroganz. Und hier lesen wir Punch-Odoxon 40 Milligramm. Dröhnung verordnet von Punch-Arroganz. Ausgabedatum 20.04.2018. Attitude-Movement-Pharmacy. So sieht das aus. Leer, also nicht befüllt. Und hier oben lesen wir noch Hold, Tap-Down und Turn. Okay, also ich schätze mal Tap ist das hier. Ja, so geht das ganz einfach auf. Also das hier mehr oder weniger die Sicherung, die Kindersicherung. Und dann könnt ihr natürlich irgendwas reinfüllen. Je nachdem, eure Kaugummis, eure Tic-Tacs. Macht natürlich einen guten Eindruck, wenn man die in der Öffentlichkeit dann aus dieser Verpackung hier konsumiert. Gefällt mir gut. Nettes Extra und auch passend zum Albumtitel. Also es gab hier schon diverse Interviews, wo Punch-Arroganz auch auf den Albumtitel Bezug genommen hat. Und gesagt hat, dass Schmerzlos jetzt nicht einfach nur so ein Titel führen war, sondern dass das wirklich sehr, sehr stark angelehnt ist an seine persönliche Leidensgeschichte. Und an seine Lebensgeschichte, an seine letzten Jahre vor allem. Auf jeden Fall sehr interessant das Ganze. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Und dann haben wir hier noch ein Poster. Hier sehen wir Punch-Arroganz live vor der Menge performen. Attitude-Movement präsentiert. Punch-Arroganz eine Gate-Noch-Tour 2018 mit dabei. Twizy, Cassius Clay, Finch Asozial, Stoffhausmusik. Und dann haben wir hier eben die Tourdaten, die wir auch schon im Booklet hatten, beziehungsweise im Buch. So sieht das aus. Die ganzen Tourdaten hier nochmal aufgelistet. Karten erhältlich auf Eventim-Einlass ab 16 Jahren. Unter 16 Jahren nur Einlass mit Erwachsener Begleitperson. Okay, also ein Tourplakat. Das Ganze im Hochformat. Und die Rückseite ist blank weiß. Also einseitig bedruckt. Wir falten das Ganze mal wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt haben wir da noch eine Umhängetasche, die hier noch zusammengehalten wird. Also zumindest der Gurt. So sieht das Ganze aus. Wir haben eine schwarze Umhängetasche mit weißem Aufstieg. Attitude-Movement lesen wir hier. 2017. Von hinten glatt schwarz. Diese Tasche kommt mit einem schwarzen Gurt, mit schwarzen Trägern. Und wir haben hier zwei Taschen, also zwei Fächer. Vorne einmal diesen Reißverschluss. Und dann offenbart sich hier diese große Tasche. Und innen alles hier bedruckt mit Attitude-Movement. Schöne Detailarbeit. Das sieht echt schön aus. Gefällt mir gut. Und dann haben wir noch auf der Innenseite einen zweiten Reißverschluss. Auch wieder ein Fach, welches zumindest einseitig hier mit Attitude-Movement verziert wurde. Und dann haben wir hier noch einen Zettel. Was lesen wir hier? Das ist leider etwas schwierig, den Zettel hier irgendwie sichtbar zu machen. So, aber jetzt. Also wir lesen hier Merch-Tags. Germany. Und dann haben wir hier noch Made in China. Und das Ganze ist 100% Polyester. Okay. Von der Verarbeitung her, also das wirkt echt auf mich hochwertig. Die Tasche schön gemacht. Die Reißverschlüsse auch gut verarbeitet, gut vernäht. Hier stehen keine Sachen weg oder irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, da wurde irgendwie schlecht gearbeitet. Und was mir jetzt gerade auffällt, hatte ich am Anfang übersehen. Wir haben hier noch eine dritte Tasche. Und zwar hier vorne, ein bisschen versteckt gewesen, der Reißverschluss. Also hier auf der Vorderseite noch so ein kleines Fach. Und die ist ebenfalls wieder komplett beschriftet mit Etude Movement. Ja, das Ganze kommt mit so einem Tragegurt. Und mittels dieser Metallstücke kann man das Ganze dann größenverstellen. Je nachdem, ob man das vielleicht jetzt um die Hüfte tragen will oder um den Bauch. Oder um die Schulter, die ich umhängen möchte. Gefällt mir richtig gut. Kann man auf jeden Fall tragen. Und dieser Stick wirkt auch schön. Etude Movement. Gute Verarbeitung. Gefällt mir richtig gut. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was hier alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Umhängetasche. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann diese Tablettenschachtel, diese Medikamentenpackung, unterschrieben von Pancha Arroganz. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Einmal im Hochformat und zweimal im Querformat. Dieses umfangreiche Buch mit diesen Fotos, Aufnahmen der Tour und natürlich Album Instrumentals, Bonus-EP und DVD. Und zusätzlich dazu dann noch natürlich das Album an sich. Und das Ganze kommt im Super-Jule-Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, schmerzlos von Pancha Arroganz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Pancha Arroganz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.